Eine Sache haben alle Menschen gemeinsam. Sie wollen ganz nach oben. Ich bin der CEO des größten Fintech-Unternehmens Europas. Boom. Das ist Magnus A. Kramer. Der CEO von Cablecash. Sie sind ja sowas wie die Rockstars der Start-up-Welt. Der größten Börsengang der deutschen Geschichte. Was soll jetzt noch schiefgehen? Mit jedem Schritt nach oben gibt es einen mehr, der versucht, dich wieder runterzustoßen. Missbrauch, Menschenhandel und Geldwäsche. Journalisten, die uns im Nacken sitzen und uns ständig auf die Finger schauen. Ist ja jetzt auch nicht so, als wäre ich irgend so ein verrückter Sonnenkönig, der jeglichen Bezug zur Realität verloren hat. Denn je höher du steigst, desto tiefer kannst du fallen. Und was denn im ersten Quartal noch? Wenn's mir gut geht, geht's der Aktie gut. Ich... ...bin... ...die Aktie. Guck mal, wir beide, wir sind doch so gegen die ganz Großen. Stay. Wir sind vielleicht nicht so slick und gut aussehen wie andere Unternehmen. Aber wir sind eine Familie. Wie geht's dir? Wir sind heute, dass wir jetzt noch so sagen. Wie geht's dir? Wenn Sie also keinen C-Log, haben wir jetzt noch so recht, wie Moments. wie wir jetzt ab. Aber ich habe... ... Untertitelung des ZDF, 2020